Moin Anne. Hallo Katze. Willkommen zurück zu Sacred 2. Jo, ist wieder so weit. Samstag. Bereit? Zu jeder Zeit? Jo. Samstag Mittag, Aufnahme, ab geht's. Geil, geil. Wieder in Greifenburg und müssen glaube ich jetzt noch, gehen wir mal zum Schwippschwager. Genau, dann ist das die einzige Quest, die uns noch korrekt angezeigt wird. Also haben wir nicht so richtig die Wahl. Wir haben gerade nochmal geguckt. Der schönste Tag und wie hieß die andere? Endlich reiche. Endlich reiche, genau. Jedes Mal, wenn wir da auf den Kringel drücken, verschwindet der einfach mal wieder. Also durch Sacred Style. Ey, normaliger Time for that. Ups, wir sind auf der falschen Seite. Äh, wer baut denn solche Städte? Nein, schon wieder falsch. Mauern sind ein Problem. Mauern, ey. Wer baut denn sowas? Äh, kurzer Disclaimer gleich zu Beginn. Es kann sein, dass jederzeit bei mir an der Tür was klingelt. Wenn mein Paket nämlich kommt, dann kommt endlich meine neue Grafikkarte. Oh, ich warte tatsächlich auch noch auf eins. Ich weiß nicht, ob es in dem Briefkasten passtet. Also meins wahrscheinlich nicht. Ne, deins wohl nicht. Ich erwarte nur ein Buch und ich weiß nicht, wie dick es ist von daher. Und ich warte immer noch einen Button für meinen Rucksack von Cake the Cat. Äh, aber wir sind ja schon fast da. Aber der Button wird wohl einfach so in den Briefkasten geworfen werden. Ja, weil wir letztens auch schon fast wieder im Shopping waren, hätten wir auch noch mehr Merchandise gekauft. Ja, irgendwie, ich hatte großes Verlangen danach diesen Monat. Ich weiß auch nicht. Manchmal muss man sich auch sowas gönnen. Die waren wir ja noch gar nicht. Tempel der Götter. Aha. Gucken wir mal hier ein bisschen. Ah, der ehemalige Mann der Base zweiten Gratis meines Bruders schickt euch sehr gut. In der Tat war mein Tempel vor einigen Tagen Ziel eines Raubzugs. Offenbar waren die Einbrecher Profis. Sie haben nur mitgenommen, was von Wert war und den Tanz stehen lassen. Sie werden die Waren sicher irgendwo lagern, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Solches liebes Gut kann man nicht sofort verkaufen. Sprecht doch mal mit dem alten Leibhard. Der hat in seiner Vergangenheit auch so manch krummes Ding gedreht. Inzwischen hat er zwar dem Verbrechen entsagt, aber er kennt sich in diesen Kreisen immer noch gut aus. Mit dem was, dem Leibhard? Ja, der heißt Woldo, ich hab keine Ahnung. Okay. Solche Statuen wie hier haben wir uns schon mal angeguckt, gell? Ja. Der Tempel der Götter gibt's, glaub ich, mehrfach. Ja. Wie der VX hat es auf der Karte angezeigt, wenn du guckst. Ah, ja. So, das ist jetzt da oben, okay. Kommen wir da irgendwie um die Stadt drum rum, oder müssen wir da durch? Äh, ne, wir müssen da durch. Das ist der Pavillon. Aber wir dürfen da zu zweit gehen. Hm. Sonst hab ich jedes Jahr kein Geld mehr ausgegeben. Ich wette, mein Rechner ist schon wieder sowas von veraltet. Dabei hab ich ja letztes Jahr so viel Geld reingesteckt. Hm. Aber zumindest Bioshock Infinite sieht noch sehr geil aus. Aber ich fürchte, dass es zu Witcher 3 dann schon wieder Probleme geben wird. Spätestens. Wo läuft die? Der Magister ist ne Sackgasse. Hm. Ja, ich hab mir jetzt irgendwie so ne, auch zum ersten Mal ne AMD Grafikkarte geholt. Mhm. Eher neu. Bin mal gespannt. Und ich krieg noch drei Spiele umsonst dazu. Was? I've got it going. Was hast du dir denn ausgesucht? Noch gar nix. Das kannst du erst, wenn du die Rechnung hast. Also du kriegst dann so ne Rechnungsnummer, die kannst du dann einlösen. Das ist ja voll geil. Und dann kriegst du, äh, ich weiß gar nicht genau wie das abläuft. Auf jeden Fall musst du dann irgendwie so ein Formular ausfüllen dabei. Das ist irgendwie von Mindfactory so ne Aktion gewesen. Oder ist immer noch, glaub ich. Also Leute, wenn ihr das hier hört und ihr wollt nur die Grafikkarte, go, go, go. Ja. Wir werden nicht bezahlt dafür, dass wir das hier sagen. Ja, das sind dann irgendwie 29 Spiele zur Auswahl. Und dann kannst du halt, äh, dir drei Stück aussuchen. Je nachdem, was für ne Grafikkarte du nimmst. Also je günstiger, also es gibt irgendwie so drei Kategorien. Und, ähm, bei dem einen kannst du dann halt nur ein Spiel aussuchen. Bei den anderen zwei und bei den anderen drei. Ich muss... Hm? Nee, erzähl weiter. Wärst fertig. Und, ähm, je besser die Grafikkarte ist, beziehungsweise ja, dass so mehr Spiele stehen halt nachher auch zur Auswahl. Ist ja auch irgendwo klar. Was ist das einzige, warum mich, äh, Origin manchmal wieder gnädig stimmt? Weil die, äh, stellenweise immer ziemlich gute Spiele kostenlos haben. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, Dead Space 1 hab ich kostenlos einfach von denen runterladen können. Das ist dann immer geil. Aber ansonsten stinkt Origin einfach nur. Und ich hoffe, ich werde nie wieder ein Together-Projekt haben, in dem ich auf Origin angewiesen bin. Äh, welches war denn von Origin, was du gemacht hast? Äh, Dead Space 3 damals. Ach so. Mhm. Und Origin funktioniert ganz einfach nicht. Verdammt, kommen wir nochmal über den Fluss hier drüber? Ich kann mich sonst drüber teleportieren. Obwohl, das bringt mir auch nichts, weil da so ein Berg ist. Äh, hier ist eine Brücke. Okay. Wollte sagen Treppe, aber das stimmt nicht. Hier ist auch ein Friedhof. Da waren wir aber schon, ähm. Echt? Ja. Da haben wir schon aufgedeckt. Das war da, glaub ich, der Friedhof, der, ähm... War auch mit Monty Python? Ja, genau. Ja, ja, hier waren wir schon mal. Stimmt. Zeppel. So, was sagt er denn? Hm, also... Ich bin ja nun schon eine ganze Weile nicht mehr in dieser Branche tätig, wenn ihr versteht. Aber sagrale Kunstgegenstände? Gibt nicht viele, die sich an sowas ranwagen. Zwei-Auge vielleicht. Ja, das ist eine gute Beschreibung, das haben viele Menschen. Zwei-Auge vielleicht, dem würde ich das zutrauen. Der dreht solche Dinger. Versucht's mal bei ihm. Er hatte damals immer ein geheimes Lager, nicht weit von dir. Seht euch aber vor, die Leute kennen keinerlei Skrupel. Es sei denn, zwei-Auge jetzt am Zyklop. Und wo ist das jetzt wieder? Das ist jetzt wieder da ganz unten. Sag mal, wollen die uns verarschen? Ich port mich nach Greifenburg. Da hab ich jetzt keinen Bock auf die Spielereine, ey. Na. Das macht wohl hier. Das ist reinste Schikane. Aber Bewegung ist gesund. Nicht mit mir hier. Ja, und bei den Spielen, ich weiß jetzt gerade, so ausländisch kenne ich die jetzt gar nicht. Aber ich glaube, da war... Was war denn da so aktuelles bei? Ich glaube, Alien. Cool. Isolation? Ja. Wuhu. Ähm... Was war denn da noch bei... Gott, äh... Steve, glaube ich, war noch dabei. Und äh... Blablab. Murdered Souls. Das ist ja schon ziemlich geil. Ich glaube, Alan Wake war auch dabei. Und... Okay, Alan Wake ist ja schon älter, aber die anderen sind ja noch teilweise aktuell. Ich weiß gar nicht, vielleicht müsste ich es sonst noch mal gucken. Aber auf jeden Fall waren da halt schon relativ... Es war jetzt kein so hundertprozentiges Spiel, was... Ich muss sagen würde, okay, will ich sofort haben, aber... Ey, Alien Isolation habe ich ja jetzt Gott sei Dank geschenkt bekommen. Da bin ich schon... Freue ich mich jetzt schon, wenn ich das Projekt loslegen kann. Ja... Ich glaube, du kannst die Codes theoretisch auch verschenken. Also... Äh... Du bekommst ja wahrscheinlich dann nur hier die Codes für die Spiele zu beschicken. Mhm. Und die kannst du dann weitergeben, wie du möchtest, denke ich mal. Natürlich schon, ja. Also ich kann ja nachher mal die Liste durchgehen, falls da irgendwas ist, was... dich interessiert. Ach, Arne. Ja, ich bin ja sowieso nicht so der PC-Spieler und... Wenn das sowieso nur so Spiele sind, die ich dann so nur kaufe, weil ich sie... Ja... Haben kann, dann... Kannst du sie ja... Das ist so die Steam-Sale-Logik. Ja. Ich will es eigentlich nicht spielen, aber es kostet nur einen Euro, also kaufe ich es mir. Ja, ich kann ja die Liste ja nachher mal durchgehen, dann können wir mal gucken, vielleicht sei ja was dabei für dich. Geil. Bevor ich dann irgendwie ein Spiel habe, was dann die ganze Zeit auf meiner Festplatte verpimmelt. Und verpimmelt. Ach, guck mal hier, Schurken besiegt. Schon geht's los. Hm. Na, wer will nochmal? Du da. Da fehlt noch einer, ja. Der Schwippschwager. Sack voll Beute aufgenommen. Aha. Und jetzt müssen wir wieder zurück zum Tempel wahrscheinlich, oder? Ja. Hihihi. Da ist ja von hier nicht so weit theoretisch. Ne, das stimmt. Diesmal ist es ja nicht so weit. Ich habe heute schon die halbe Papaya gegessen. Ist du die dann einfach nur so pur oder irgendwie noch besonders... Ich habe die ja so pur gegessen. ...zubereitet. Ne, so in Stückchen geschnitten. Mhm. Ah ja, ich meine, die ist zwar riesengroß, aber du musst bedenken, dass in der Mitte ja auch ganz viele Kerne sind. Die musst du ja sowieso wegschneiden, von daher war das... Also es war schon viel Papaya, aber... Ist das so ein harter Kern wie bei der Mango, oder wie ist das... Ne, das sind ganz viele kleine Schwarze, die so klitschig sind. So. Kann man aber da gut rausmachen, weil die ja ganz weich ist. So, mal gucken, was der Priester zu sagen hat. Hallo? Seht nur, der heilige Kelch und hier die Weihwasserfiolen. Alles ist nahezu unbeschädigt. Ich hab dankt und nehm dieses als kleines Anzei... Äh, als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Äh... Was hat er jetzt da hingeschmissen? Was hat das denn für ein riesiger Stab? Wäre jetzt so ein cheeser. So. Ja, es musste mal wieder sein, Leute. Kam schon viel zu lange nicht mehr vor. So, was waren wir denn jetzt? Der schönste Tag... Ah, der schönste Tag des Lebens wird mir jetzt wieder angezeigt. Echt? Ist da oben bei Brandeck, oder wie das heißt? Ne, wenn ich draufklicke, dann ist... Ist er weg. Bei mir sind jetzt die nächsten Richtung jenseits der Mauer. Also bei mir sind noch zwei da oben bei Brandeck. Da sind noch die Raubzügler und... Ah ne, die Raubzügler ist jetzt auch da unten. Äh... Sollen wir mal einfach da hoch Richtung Brandeck laufen? Weil da haben wir so ein Stück Weg noch nicht frei. Ja, können wir machen. Vielleicht, oder müssen wir hier... Oder kann man da hinten durch den Wald hier durch? Wahrscheinlich nicht. Das ist sacred. Wahrscheinlich nicht, ne. Obwohl doch, da ist irgendwas frei. Warte. Also hier kommt man schon mal... Heute klappt. Ja, hier kommt man nicht schlecht, aber... Heute ist das Wetter wieder total frühlingshaft. Ja, bei uns ist es auch schön, aber extrem kalt. Als ich das Fenster vorhin aufgemacht hab, das Lüften, da war es schon ordentlich. Ja, meine keine Ahnung vom Wetter.de App hat auch gesagt, dass es ganz kalt werden soll jetzt noch. Ich bin mal gespannt. Aber Hauptsache trocken. Ist das hier der richtige Weg? Ja, das ist der Weg. Ne, Gegner bringen wir auch nix mehr. Huch! Ich hab auch die ganze Zeit keinerlei Verlangen noch mal zum Kombo-Meister zu gehen. Huh! Schon wieder so ein Blitz, ne? Ja, das war bei mir grad auch genau. Ja, hatten wir ja letztes Mal auch schon. Weil die Gegner halt... Ich weiß nicht, wir hätten es halt wirklich auf Silber spielen sollen. Es ist furchtbar einfach. Also ich hab gar kein Verl... Ich benutze auch kaum meine Spezialangriffe, ehrlich gesagt. Seidem wir haben mal so einen Boss. Ja, ich schon, aber... Ja, bei deinen Zaubern macht das auch ein bisschen mehr Sinn noch. Vielleicht nicht der Nahkämpfer oder der Waffenkämpfer. Der Waffenkämpfer? Ja. Ja... Und ich... Ja? Jetzt weiß ich es gerade nicht mehr. Warte, du warst Bogenschütz in Sacred 3? Du hattest nen Köcher, ne? Ich war nicht Bogenschütz. Ja doch, doch klar, Bogenschütz war ich wohl. Ja doch, hab ich... Hatte ich gehabt. Ja. Ah, ich wollt grad sagen, weil in Sacred 1 haben sie es nicht geschafft, dem Charakter nen Köcher aufzuziehen. Hier auch nicht. Also... It's magic. Hast du nicht am Bein so nen kleinen Köcher? Ne, ich hab am Bein... Lauter... Viechers. Komischen Puschel da, ne? Ja. Das ist trendy, okay. Sorry... Aber hier sind nur Würfel, was ist denn hier los? Wolfsparty. Wenn man irgendwann, was der nächste Bug bei mir ist. Ja. Vielleicht bin ich nächstes Mal irgendwie riesengroße los. War jetzt unsichtbar... Was hab ich noch gemacht? Ich war auf dem Pferd die ganze Zeit. Hast du dir eigentlich zufällig, äh, das, äh, den Borderlands Endgegnerkampf angeguckt? Nein. Noch nicht, wieso? Wir haben uns dich sehr zurückgewünscht. Weil wir teilweise beide gestorben sind, hab ich auch gedacht, hätten wir jetzt Arne, der würde regeln. Der würde dem Viech wieder den Bauch kraulen und alles wär gut. Jaja. Arne, komm her auf, schaffst du eh nicht alleine. Nein, Arne macht, Arne macht. Jajaja. Ich muss heute dann noch... Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass meine Grafikkarte erst am Montag kommt, weil es gestern noch so war, dass das Ding noch nicht mal irgendwie verschifft wurde. Heute guck ich mal rein, ist schon irgendwie im Paketwagen. Ist auch irgendwie ziemlich krass gewesen. Geil. Was wir jetzt innerhalb der Kurs geschafft haben. Wenn ich die heute erstmal einbauen schön, dann muss ich sie heute noch sauber machen. Stärbsaugen und bisschen die Küche putzen und bisschen den Bad putzen. Einkaufen muss ich Gott sei Dank nicht mehr. Aber was heißt Gott sei Dank, ist momentan nicht mehr so windig. War die letzte Woche irgendwie durchgehend nur am stürmen. Stürmen auch nicht, aber ätzend zum Fahrrad fahren. Sagen wir mal so. Ich war heute morgen auch schon einkaufen. Direkt als ich aufgestanden bin, weil ich dachte, ach, dann kannst du dich sonst eh nicht mehr aufraffen. Schön im Pyjama. Ja, das wäre geil gewesen. Den habe ich jetzt aber wieder an. Ich habe eigentlich nur schnell, ja, den Pulli habe ich auch noch angezogen, aber nur schnell die Hose wieder gewechselt. Schlafanzughosen sind einfach das Beste auf der Welt. Ich sitze hier gerade auch so rum. Ja, das muss man. Ja, das ist das Wochenende. Was soll's denn? Ich mache heute eh nichts außer aufnehmen und noch was für meine Masterarbeit lesen. Wozu soll ich mich denn schicken machen? Hast du hier nach gleich noch eine Aufnahme? Oder was? Ne, meine eigene Projekte noch für nächste Woche aufnehmen. Guck mal, der hier. Der will was. Ist das jetzt einer von der Braute? Das ist Simon Trümpler. Wenn ihr denkt, was ich denke, dann denken wir vermutlich gerade verschiedene Gedanken, aber kümmert euch nicht darum. Mir gibt es sicher noch viel zu tun für euch. Der wollte schon wieder nichts. Da war sogar ein Ausrufezeichen auf der Map. Was soll das denn hier so? Was ist das denn hier mit meiner Kamera gerade? I don't know. Ich sehe hier gar nichts. Hier ist noch einer. Hä? Wenn ihr bei den Ex-Menschen seid, müsst ihr euch unbedingt die Sumpfbauchkulten ansehen. Sehr interessante Tiere. Ja, schön. Daniel Müller. Was ist das denn? Guck mal, hier ist ganz schick. Aber wir haben ja eigentlich nichts zu tun. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Ich will da hinten aus dem Ausrufezeichen von der schönste Tag des Lebens. Ah, die Kamera spackt hier so rum. Meine auch. Jesus. Das hat sich ja gelohnt hier. Ja, ich weiß ja, wo ich hin will, aber... Das Spiel sieht es anders. Ja. Ich muss da hinten rechts zu dem Ortseingang. Also östlich. Ich mach heute Abend auf dick den Pizzatag. Ich will auch Pizza. Ich weiß gar nicht, was ich mir mache. So, irgendwo sei hier jetzt der komische letzte Typ für den schönsten Tag des Lebens. Irgendwo hier. Hallo? Ja, hieß doch noch... Ausrufezeichen. Ausführungszeichen. Ulis Kartoffelacker. Ja, bist du das? Dann gib ich Kartoffelöl. Na, dann wird sich der Bräutigam wohl noch einen Tag gedulden müssen. Was? Hehehehehe. Was? What? Endlich fertig. Ah, wunderschön. Nee, wir müssen doch nach oben. Ah, okay. Aber, 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 aber. Aufnahme kaputt? Äh, vorbei? Kaputt, kaputt! Hier auf Ulis Kartoffelacker machen wir Schluss, oder was? Ja, wir können uns hier verstecken. Ein Bett im Kornfeld. Warte, sind Kartoffeln eigentlich so groß? Ich würd grad sagen, das ist ja so ein Weizenfeld. Das sind doch keine Kartoffeln. Mein Gott. Keine Ahnung hier von ihrem Gemüse. Da brauchen wir Paul-Gemüse. Naja. Ihr Lieben, vielen lieben, vielen lieben, vielen lieben, vielen lieben. Dank fürs Zusehen. Seid morgen wieder dabei bei Sacred 2. Jo, bis denn. Ciao.